Partnerschaften gerade im Bereich der Forschung und der Cybersicherheit sind von sehr großer Bedeutung, um auch immer am letzten Stand der Technik zu sein und gegenseitig voneinander zu lernen. Ein wichtiges Element dabei sind Partnerschaften auch mit der Open Source Community. Huawei baut sehr stark seine Technologie auf, Open Source Ansätzen auf und da ist es eben wichtig, dass man sich auch immer stark in die jeweiligen Communities einbringt.